Es ist ein 360 Tutorial, heute schauen wir uns einfach an, wie kommen wir von diesem Teil zu dem realen Bauteil. Wir werden das Ganze einmal durchkonstruieren, werden es drucken und schauen uns auch später an den Anwendungsfall und schauen, ob das Ganze gedruckt auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wie immer wünsche ich euch so viel Spaß bei dem Video und dann legen wir einfach mal direkt los. Okay, dann lasst uns einfach mal direkt loslegen mit der Konstruktion und als allererstes wollen wir unsere erste Komponente anlegen und das soll ja diese Rolle sein, dass wir so viel sagen, ein bisschen um was wir rum entwickeln. Also, legen wir hier mit Rechtsklick eine neue Komponente an, nennen den ganzen Spaß Rolle und gehen dann hin und legen eine Skizze hier vorne an. So, da es sich ja um runden Körper handelt und wir einen Drehkörper brauchen, können wir hier einfach hingehen und sagen R für Rechteck, ziehen dann hier irgendwo erstmal random ein Rechteck auf und sorgen für ein paar Parameter erstmal, dass es definiert ist. Wir ziehen noch eine Linie hin, diese Linie ist wichtig, einfach um sozusagen zu bestimmen, dass dieses Rechteck auf dieser Achse hier liegt. Dann sagen wir D für die Dimensions, also für die Bemaßung und geben hier einfach mal an, wie weit das Ganze weg sein soll, sagen wir mal 19. Das Ganze soll eine Höhe haben von 260, also gehen wir hin und sagen 260 und natürlich eine Gesamtdicke von 55, also 55. Sehr gut, dann haben wir schon mal unsere Grundskizze für die Rolle geschaffen und die nehmen wir jetzt einfach und drehen. Das heißt, über die Funktion drehen, schnappen wir uns die Skizze anhand dieser Achse und sagen, okay, perfekt. Dann können wir hier auf Material gehen und wählen hier einfach ein Textil oder ein Papier aus, dass es halt schick aussieht. Also, ich würde einfach mal hier ein Textil nehmen und dann haben wir hier so ein bisschen die Materialstruktur vom Papier, um sich das einfach besser vorstellen zu können. Okay, als nächstes wollen wir unseren eigentlichen Körper jetzt erstellen und dafür gehen wir noch mit Rechtsklick drauf und stellen wieder eine neue Komponente. Und das ist dann dieser Halter. Okay, wir sehen schon wieder, wir sind im Halter drin, die Rolle ist ausgegraut. Woran sehen wir das? Das sehen wir anhand, dass dieser Pöppel hier ausgewählt ist. Und wir sehen auch, wir haben hier verschiedene farbliche Komponenten, die wir hier unten aber auch wiederfinden. Wenn das bei euch nicht der Fall sein soll, könnt ihr einfach über das Einstellungsrädchen gehen und Komponenten und Farbmuster aktivieren. Okay, aber jetzt lasst uns erstmal die Grundstruktur vom Halter erstellen und dafür erstellen wir auch eine Skizze hier vorne drauf. Okay, nun müssen wir als allererstes irgendwie ein Rechteck haben, was von hier aus weg geht und wir haben ein zweites Rechteck, was hier irgendwie hoch geht. Die zeichnen wir jetzt erstmal so ein bisschen random ein und bemaßen die jetzt. Als erstes sagen wir, das hier soll 70 sein. Dann sagen wir, die Höhe von diesem Rechteck hier soll 170 sein. Wow, das passt sogar. Dann können wir sagen, die Breite von hier nach da hätte ich gern 17,5. Also 17,5. Und dann brauche ich noch die Dicke hiervon und da hätte ich gerne... Okay, jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. Das Maß hat sich was geschnappt, was ich nicht nehmen soll. Nämlich hat sich selber was rein projiziert. Das heißt, wir gehen nochmal hin und setzen die Bemaßung exakt nur von diesen zwei Kanten auf. 15 Millimeter. Wenn wir das Ganze jetzt hier soweit haben, dann gehen wir auch hier wieder raus und sagen, drehe mir die beiden anhand dieser Achse. Und ich sage, okay, das sieht doch schon mal soweit ganz gut aus. Okay, jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen zurecht trimmen, dass wir das ein bisschen angepasst haben, dass wir nicht so viel Material brauchen. Dafür gehen wir eine Skizze auf die Unterseite. Das sagen wir R für Rechteck. Und wählen hier drüben im Skizzenpalette das Mittelpunkt Rechteck aus. Das ziehen wir einmal auf. Und gehen dann auch wieder hier hin und bemaßen uns den ganzen Spaß nochmal. Also von hier nach hier wollen wir dann so roundabout 30. Ah, nee, nicht 30. Doch. 45. So. Perfekt. Dann hätten wir noch ganz gerne einen Kreis, der ein bisschen kleiner ist als der Originalkreis. Und der soll 125 sein. Jetzt gehen wir hin und sagen E für die Extrusion und wählen uns einfach mal diesen ganzen Spaß hier aus. Das extrudieren wir jetzt einmal nach oben und einmal nach unten. Also machen wir das hier symmetrisch. Sagen die Schnittmenge davon ist für uns interessant. Und wir reden jetzt nur vom Halter. Also die Rolle ist uns egal. Es geht jetzt hier Objekte zum Ausschneiden nur um den Halter und sagen okay. So. Dann sieht das ja schon mal ganz gut aus, der ganze Spaß. Das heißt, was wir als nächstes machen wollen, ist sozusagen dafür zu sorgen, dass wir so eine Art Feder haben, die, wenn wir die Küchenrolle abrollen, immer hier so ein bisschen gegen die Küchenrolle drückt. Wie machen wir das? Indem wir einfach hingehen und einmal mit P für Projektion, also als erstes erstellen wir eine Skizze, die von hier aus drauf schaut, dann sagen wir P für Projektion und projizieren uns diese beiden Kanten hier ein und sagen okay. Gut. Dann gehen wir hin und sagen Spline. Und dieser Spline, das soll jetzt einfach von hier aus irgendwo mal loslaufen. Also können wir vorstellen, das soll drei Punkte haben, vielleicht hier, hier und dann hier. Da das alles ein bisschen hoch und groß ist, müssen wir uns das einmal zurecht zupfen, blenden uns einmal die Rolle aus, dass die uns keinen Ärger macht und schauen uns das Ganze mal an. Also so hier könnte ich mir vorstellen, dann könnte ich mir den zweiten hier vorstellen und der dritte könnte ich mir da eigentlich hier vorstellen. So, ein bisschen weiter weg. So. Und so. Okay, perfekt. Wenn wir das haben, markieren wir das aber mit X und erstellen einen Versatz davon an einem Millimeter und sagen okay. Dann machen wir das gleiche noch einmal. Also wieder einen Versatz und diesmal machen wir negativ eins. dass wir jetzt rechts und links sozusagen unseren Halter hier erstellt haben oder unsere Feder hier erstellt haben. So. Dann verbinde ich das hier oben einmal, dass das ein geschlossenes System ist und dasselbe machen wir hier unten. Das heißt, ich zoome jetzt hier einmal ran und sage L für Linie und ziehe die einfach mal senkrecht nach unten. Okay. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Dann sage ich mal Skizze Fertigstellen, drücke E für die Konstruktion, äh, ich für die Konstruktion, E für die Extrusion und möchte gerne eine symmetrische Extrusion haben bis raus zu dieser Kante hier. Und dann nicht verbinden, sondern ein neuer Körper und wir sagen okay. Als nächstes wollen wir mal schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen zurecht ziehen, das Ganze. Das heißt, ich gehe mal hin und sage, verschiebe, kopiere mir mal diesen Körper und dann melde ich gerne Punkt zu Punkt und sage, dieser Punkt soll jetzt irgendwie hier vorne liegen. Obwohl, lasst uns das mal ein bisschen noch zurückziehen. Vielleicht so hier. Dass wir rechts und links ein bisschen Platz haben. Ja, das sieht gut aus. Und sagen okay. Dann gehen wir hin und legen das Skizze hier an, hier drauf. Position natürlich erfassen. Und sagen, das Ganze möchten wir gerne als zwei Teile haben, weil allein diese Feder, die muss in der anderen Konfiguration gedruckt werden als der Halter an sich. Weswegen? Ja, wenn wir das Ganze jetzt einfach so hier komplett drucken würden, hätten wir ja das Problem, dass die Feder sofort durchbrechen würde, weil sie einfach diese Belastung nicht standhalten könnte. Und demnach wollen wir das als Stecksystem machen und dass die Feder liegen gedruckt werden kann, dass die 3D-Drucklinien sozusagen hier hochlaufen, dass wir maximale Flexibilität im Bauteil selber haben. Und dafür wollen wir dann hier so eine Steckverbindung machen und die wollen wir jetzt mal ausdimensionieren. Okay. Das heißt, wir gehen hin und sagen noch einmal L für Linie und setzen uns hier so eine Senkrechtlinie nach unten her. Dasselbe machen wir hier. Und sagen wir von hier nach da soll es so ein Millimeter sein und von da nach da könnte ich mir so wie ein zweieinhalb vorstellen. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Okay. Wenn wir das haben, blenden wir mal hier drin den Körper 1 aus, also diesen Hauptkörper. Dann sagen wir E für Extrusion und wählen das jetzt aus, was wir hier getan haben. und das soll bis drüben hindurch explodiert werden. Und wir sagen, okay. So. Jetzt können wir zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, diese Linie hier, die können ja nicht verschwinden. Und dann zieht er das hier selber gerade, indem er es einfach markiert und Backspace drückt. Jetzt muss das hier aber auch irgendwie verbunden werden. Und wie machen wir das? Richtig, wir kombinieren die beiden. Also, wir kombinieren. Das ist unser Zielkörper, das ist unser Werkzeugkörper. Der soll es ausschneiden. Und mein Werkzeug möchte ich ja gerne beibehalten. Also setze ich hier den Haken und sage, okay. Das heißt, wenn ich den Körper jetzt hier ausblende, sehe ich, dass er das hier sauber ausgeschnitten hat. Naja, jetzt kennt jeder seinen 3D-Drucker. Und den nochmal mit drücken und ziehen markieren wir die inneren drei Flächhänge und seinen negativen 5,3 Millimeter. Und haben uns dadurch so eine gewisse Toleranz erarbeitet, die unser Drucker dann haben kann, ohne dass das jetzt nicht ineinander reingeht. Natürlich muss man jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Toleranz wird. Aber ein bisschen was ist auf jeden Fall sinnvoll. Okay, als nächstes möchte ich nochmal ein bisschen hier umspielen. nur sagen, das hier und das hier möchte ich noch abrunden, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. Also mach es so hier. Dann möchte ich gerne hier vielleicht einen Übergang haben. So 5 Millimeter. Hier oben hätte ich gerne noch ein bisschen was abgerundet. So 5 Millimeter. Und dann würde ich gerne das ganze Teil hier unten aushöhlen mit 4 Millimeter, 3 Millimeter. Und sage, okay, warum ich das hier unten aushöhle, ja, es liegt so ein bisschen daran, dass ich mir die Erfahrung gemacht habe, wenn ich große Auflagenflächen auf dem Drucker habe, macht das mir meistens Ärger. Und da das hier unten eh keiner sieht, wie es aussieht, mache ich das einfach offener. Und genau, habe dann halt nur die Kante, die hier aufliegt, und habe ein besseres Druckergebnis. Das ist so meine Erfahrung bei mir, wie es besser funktioniert. Jetzt haben wir das eigentlich alles soweit ziemlich gut durchgearbeitet. Jetzt können wir eigentlich, obwohl, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen und lass uns den Spaß hier nochmal abrunden. So, 5 Millimeter. So, und dann erst die Schale anwenden. Perfekt. Gut, dann würde ich den ganzen Spaß jetzt mal auf den Drucker schmeißen und wir schauen uns das ganze Thema gleich mal in echt an. So, jetzt sind die Teile aus dem Drucker gekommen. Sehen doch schon mal ganz gut aus, das Ganze. Hat jetzt auch, glaube ich, boah, 8 Stunden gedauert oder so, die Teile zu trocknen. Genau. Und dann lasst uns das Ganze mal zusammenbauen. Das kann man jetzt hier einfach hier reinstecken. Anhand, dass das untere Teil ein bisschen dicker bei mir ist, kann ich das mit ein bisschen Druck zusammenstecken und dann hält das ziemlich gut zusammen. Okay, dann lasst uns mal das Ganze ausprobieren, für was es eigentlich gedacht ist. Zack, Küchenrolle drauf. Sieht da schon mal richtig gut aus. Es macht, was es soll. Es funktioniert, naja, wie es soll, je nachdem, wie gut sich die Küchenrolle abreißen lässt. Und ich hoffe, ihr hattet wieder sau viel Spaß bei dem Video und wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Konstruieren. Bis dahin, viel Spaß beim Konstruieren.